Hey Leute, ich bin StrongSare, heute spielen wir wieder Minecraft, aber ihr seht, ich bin hier noch am Bau des Hauses im Kreativ-Modus, werde dann den Kreativ-Modus auf Survival-Modus umstellen, per Too Many Items, werde vielleicht auch ein paar Items mehr dazu machen, das Haus muss nämlich erstmal schön werden, besser als das alte, So, hier ist Glas, setzen wir hier mal ein, 3 Blöcke hoch, Oh, hier haben wir 1, 2, 3, 3 drin 3 drin 2 drin 3 drin Oh, hier. hier mal die Musikleiser machen das wird ja nicht schleißer so jetzt hier runter so jetzt suchen wir uns mal ein paar Tropenbäume machen hier erstmal Fackeln hin ja ich weiß das sieht jetzt nicht gerade schön aus so jetzt gleichmäßig gleichmäßig nehmen wir hier das machen jetzt das hinein jetzt zieht es von außen so aus nehmen wir hier nein nur die ersten Glocken hier verbrennen jetzt schon die Skelette machen wir noch hier hier nein das sieht blöd aus machen eins drunter machen hier zu hier 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 ist es noch dunkel jetzt merkt man auch dass das Haus nicht gerade gebaut worden ist da haben wir egal sehr offen hier was soll es sein Jetzt spawn wir das Tach. So. 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 Und damit wären wir auch schon mit der ersten Runde, ähm, ersten Folge Minecraft zu Ende, beziehungsweise die 20. Jetzt die erste, in dem wir das Haus, das neue Haus sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.